Oh, ja. Ciao. Bitte warten, umgegen unbekannt. Das wird also ungefähr 24 Sekunden sein. Äh, 1490. Okay. Okay, 6. So. Was macht der Schmitte denn da wohl schon? Okay. 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 Frage, ist das ein attraktiver Zug oder ist das keine Blutete? Okay. 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 Die Frage ist. Wahrscheinlich ein Fehler. Aber egal. Muss man nicht einmal lange machen. Ist das so gut oder was? Die Frage ist, oder? Wie sonst? Wie sonst? Wie sonst? Die Frage ist. Und wie sonst? Wie sonst? Wie sonst. Das ist so wichtig. Die Reife kann ja noch nicht. Ne. Da ist der nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt ziehst du dich zurück? Aha, interessant. Jetzt kann ich mich auch wieder zurückziehen. Ja klar, aha. Den macht er, ok. Ok. Soll ich den jetzt vorziehen? Mehr Raum. Hm. Das ist natürlich super. Ja. Interessant. Kann ich natürlich noch keinen Ansprung. Mhm. Aha. Ja. Ja, können wir machen. Ja. Ja. Ist ja schon mit dem. Wir haben überlegen, mit welchen er schlägt. Ja. 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 Okay, I'm going to have a bunch of them, okay. Das ist mit dem. Das ist doch nicht so eine tolle Idee. Scheiße Idee, was? Das ist auch nicht näher dran, was? Wo ist das da hin? Okay. Okay. Das sieht interessant aus. Das sieht gut aus. Okay. Okay. Das ist gefesselt, okay. Das wird gefesselt. Das ist so eine Halle, ja. Das ist so eine Halle, ja. Das ist schön. Gut, der ist ja wieder frei, ne. Wenn der eigentlich in die Ecke geht, hätte ich ihn schafft. Ja. Ja. Ich hab' einen Tach. So, jetzt können wir mal einen Kaffee trinken. Ja, ja. Eine gute Punkt. Jetzt wollen wir mal einen Kaffee eintippen. Ja. Das sieht gut aus. Ja, ich hab' mich noch ein paar Druck gesetzt. Jetsch. Ach, ich hab' mich noch hier. Okay, ich hab' mich noch mal. Okay, ich hab' mich noch einiges, was ich noch einiges hat. Okay. Ah, okay. Warte. Putz, 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 putz. Da. Mache, ich auf dich alleine. Ja. Ja. Oh. Oh, jetzt. Da kann ich noch wieder einschlagen, aber aufpassen, wenn der... Gut, dann ist der gefesselt. Die Frage ist... Oh, wer ist da hin, dann? Okay. 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 Das war's. Danke, er hat aufgegeben. Okay. 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 Vielen Dank.